Also klar, in der Vorbereitungsphase natürlich das Learning Management System, das man hat, um sozusagen die Vorbereitungssituation auch zu strukturieren. Also ich setze Moodle ein, weil man da sehr gut Texte, Videos, Aufgaben und so weiter abwechselnd miteinander schön arrangieren kann in dem Learning Management System. Dann setze ich häufiger auch so Tools ein wie Frag.jetzt oder Mentimeter oder so etwas, wo man Fragen sammeln kann von den Studierenden und auch Hoch- und Runterraten, sodass man priorisierte Fragelisten bekommt.